In diesem Video geht es um die Geschichte Vorarlbergs bis zum Mittelalter. Ich erkläre dir, wie und wann die ersten Menschen in Vorarlberg lebten und wie es zur Römerzeit in Vorarlberg ausgesehen hat. Schon 60.000 Jahre vor Christus gab es erste Bewohner des Vorarlberger Rheintals. Sie waren Jäger und Sammler und lebten zwischen der letzten und der vorletzten Eiszeit in Vorarlberg. In der Zeit von 20.000 bis 8.000 vor Christus fand die bisher letzte Eiszeit statt. Vorarlberg war von einer dichten Eisschicht überzogen. Zu dieser Zeit lebten keine Menschen in diesem Gebiet. Erst 3.000 Jahre vor Christus ließen sich wieder Menschen in Vorarlberg nieder. Sie waren Bauern, die einfachen Ackerbau betrieben und Vieh züchteten. Sie arbeiteten mit einfachen Werkzeugen. Außerdem trieben sie Handel. Ein besonders guter Platz zum Siedeln waren die Inselberge bei Koblach. Die Berge boten Schutz vor Überschwemmungen und vor Angriffen von Tieren und Menschen. Im Rheintal war zu dieser Zeit ein großes Sumpfgebiet. Im Jahr 400 v. Chr. kamen die Kelten und die Räther nach Vorarlberg. Die Kelten wohnten im Nordteil des Landes und hatten ihren Hauptort in Bregenz. Die Räther siedelten sich im Süden an und hatten ihren Hauptort im heutigen Rangweil. Um 15 v. Chr. eroberten die Römer Gebiete um den Bodensee. Sie gründeten die Provinz Räthia, zu der Vorarlberg und einige umliegende Regionen gehörten. Die Römer brachten ihre Sprache, Bräuche, Bauweise und ihre Religion mit, die erst mit der Zeit von der Bevölkerung angenommen wurden. Die heutige Stadt Bregenz wurde von den Römern Brigantium genannt und zu einer typischen römischen Stadt ausgebaut. Bregenz wurde durch die Lage am See zu einem Verkehrsknotenpunkt mit einer Poststation. Die von den Römern errichteten Straßen ermöglichten Handel mit Städten im Süden des Römischen Reiches und brachten neue Pflanzen, Tiere sowie römisches Geld in die Stadt. Ab dem Jahr 260 drängten die Alemannen immer mehr von Norden nach Vorarlberg. Viele Alemannen ließen sich in Vorarlberg nieder. Sie gründeten Siedlungen und brachten ihre Bräuche sowie die deutsche Sprache nach Vorarlberg. 493 kam Vorarlberg unter die Herrschaft des Ostgotenkönigs Theoderich. 603 kam Vorarlberg unter die Herrschaften des Ostentges und Scherinis. 505 kam Vorarlberg unter die Herrschaft des Ostentges und stande der Abgebäude mit Städten für Städten. 603 kam Vorarlberg unter die Herrschaft des Ostentges